herzlichen willkommen zurück zu battlefield 3 Multiplayer und dabei wieder Black 2 Anime ja und wir sind hier in der Metro in der guten alten Metro nicht mal von unten sondern jetzt von oben ja sie spielen die russische Seite aber Leute nicht falsch verstehen von oben und von unten sondern vom Spiel das geht aber auch so kommt ein paar Punkte kriegen wir hier noch Niemkünfte Räume so jetzt heißt es immer so schnell wie mich zu B weil da ist der Knotenpunkt wo sie entscheidet wir auf dem PC zusammen heftigsten Jahr PC das Spiel ja viel mehr wir sind ja viel mehr drunter so und ich glaube Scheisschein komm mal raus Schäufe wir schafft es zuerst ich bin zuerst durch und ich bin ja Arzt und hier ist das erste was ist meine erste Amsttat ein wieder zu beleben wo ein getötet und er hat mich auch getötet hat aber ich habe Punkte von der Flagge noch vor und vor uns dreht nur Granate ich habe sie gesehen aber in der Ecke aufgestanden wäre jetzt die Welt der Anstieg da hätte ich vielleicht nur rennen können aber gleichzeitig wäre ich durch die Granate so oder als B in dem Kaffee nur ich bin mein Bild bei Bele die Adele bei Bele die Adele Junge geht's hier ab Leute Scheiße da ist ein Sniper wow oh mach mal die Scheibe hier auf wo kommt der denn jetzt weg wo kommen die ganzen Typen in der Nähe die Sprünge immer wie sich die Affen wo ich habe auch ihn getroffen wo ich habe auch ihn getroffen nach Abner A wir müssen die unbedingt wieder zurückdringen ja sonst drängen die uns nach Eure voll in die Enge hier wenn die nach A kommen war die sich auch vielmehr die Schweine also müssen sie noch eher die werden jetzt hier schon in der Mitte sein ja aber ich hoffe dass unsere Leute etwas dazusetzen dass sie nicht weiterkommen doch da eine Mitte ah der hätte mich fast hätte mich fast auch sieben Prozent habe ich noch ah und hinter mir war auch wieder war Papi sich mal an jetzt sind sie gleich da da kommt eine große Armee dann sollten wir vielleicht versuchen durchzuschlüpfen und zu 10 zu ja ich versuche aber trotz noch bei Ars zu spawnen ja ich bin ja auch bei A irgendwie versuchen sie das warte mal ich geh mal hier in dem Haus ein Scheiße mich als wieder weggerassen ey die kommen jetzt von allen seiten ich bin mit seiner Kack empfiezen sie im Haus sind so noch nicht ich spore gleich zu dir servus sie sind zu noch nicht in dem Haus mehrmals jetzt übernommen Scheiße wo Moor oder einer von gegenüber der Panzerfrau eingeschossen treuig sticht mir hier ab hier Ohr und ein reißender das kam so doch die Treppe hoch wach für meine ich möchte immer gern wieder in abstechen Ja, lang ist es her, ne? Also nur im Spiel, Leute, jetzt. Also nicht jetzt in Wirklichkeit. So, ich hab mich jetzt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Mein Granatwürfer, ich werde das Haus erstmal ein bisschen draschieren. Oder retraschieren, wie das heißt, siehst du das? Ja. Ja, ja, jetzt schießen sie gleich auf mich, ich bin natürlich gestorben, ist klar. Das machen die immer so. Der Hunderter, generell, oder? Ich mach auch mal ein bisschen so. Ja, klar, sobald ich auch einmal mit der Panzerfaustkugel schieße, bin ich weg. Ja, das ist so. Du musst einmal mit... Ein Sniper war das auch noch nicht schlecht. Da sitzen so ein paar... Ja, gut, Leute, wenn ihr, wenn ihr Sniper, dann kann ich das auch. So, muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie hinkriege. Wenn ihr Sniper, meine Freunde, ich kann das schon lange, glaube ich. Du blöde Scheibe, ich kann man doch womit ein Messer aufkriegen. Nein, nicht. Na, ein bisschen was getroffen habe ich. Boah, das ist lange her, dass die einen, dass die einen so weit zurückdringen. So, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ja, wie schätzt das Gefühl, dass ich immer auf mich schießt, mich aber nicht trifft. So. Wie kann mich denn die Kugel treffen? Wo ist er denn da? So, mein Freund, hat sich ihr Rest, hach, ich habe mich wohl, der gezählte Tut mir leid. Das ist schweige, ich wollte besser sein. Auch jetzt bin ich auch wieder. Nein, ja, schon meine. Im Gebäude sind noch welche. Das heißt, gleich jetzt noch mal ein paar Granaten hin schießen. Ohne dem Gebäude. Auf der Linken, linkes Gebäude. Linkes Gebäude. Das zeigt sich aber, kann ich nicht gesehen. So, als wäre es aber noch ein bisschen kürzer machen hier. Umso mehr Löcher da drin, umso schöner wird es. Alter, es öffnet sich langsam. Die Kaufhalle ist eröffnet, Leute. So, oder war das da drüben? Ne, ich war ja da so unten. Also. Können die Leute sein, ich hab, man kann das, einer von uns. Ja, nix mehr mit Schutz dann. So, ich stürme mal. Stürme mal. Scheiß drauf. Ich will nicht ewig leben. Das ist schade. Wer will schon ewig leben? Ecke. Das ist wie ein Vampir. Ah, scheiße. Das ist doch mal so, ewig leben. Unten im Konsum haben sie garan. Wenn man das Konsum nennen darf, da unten an der Ecke, wo die A-Flacke ist, da. Das wäre die nicht, äh, komm, Leute, guck mal mal vor die Linse. Auch Ars, man wollen, wo jetzt muss ich nach vorne laufen. So. Wo muss man ein bisschen als Neidere durchschlafen, da kriege ich ja nicht meine Lieblingswaffen und mein Akkruz. Wie kann ich denn das zu ... Ich habe ich ja nicht mehr als Neidere durch. Und da kann ich ja nicht mehr als Neidere durchschlehen. Es ist mir so schwierig. Aber ich habe mich noch nie mehr als Neidere. Also das wird es nicht mehr als Neidere. Und ich habe mich noch am제가eten. dort ist das Spiel das ist und wie ich hatte auch auf Visier und alles gekriegt im Frontgriff und sonst wird nur noch einmal habe ich doch mal wieder Waffe gekriegt kann man immer angucken wie es ist siebenfach so vierfassend wie wir das ist aber mit vierfach so so wenigstens ist und der Wunder mann und das ist neu ich komme und jedenfalls ist es neues ist ach jetzt ist in der Umgebung stürmt aus dem Ort ist es tun da wurde vorhanden und wir sagen nicht verweckt wurde auf immer wissen ein leichter Kopfschuss in den Kopf er hat mir gedacht, dass er mich abknallen kann, aber nicht gerechnet, dass er nur einen Kollegen ohne Ecke geht ich habe mit Granaden gearbeitet ach du Scheiße, da lag der, da liegt einer auf dem Boden mit einem dicken Maschinengewehr damit sonst was 450 Schuss hat, glaube ich da dauert es nach lange, aber ewig da dauert es noch Alter, ich habe mich den so schnell umbringen, muss man von der anderen Seite versuchen ja, ich komme gleich wieder, ich bin sowieso wieder verrückt worden die Medien-Shotgun ist kein Wunder Siehenspieler so, war so ein Doppelmagazin mit den Runden, wie bei Worset Weißer das was man kaufen konnte Oh, hier kommt man rein, das ist erstaunlich wow, aber nicht ohne alles wow, wo kommt der denn weg? hast du den total übersehen? da wo du da gelaufen hast, kann auch immer so ein Emo rausgelaufen da wo du da bist hoffentlich servus wir sind so jetzt hier gerade ein paar erwischt so muss man sehen, wir müssen aber auch beheben ich bin so ein Relat ist zurückgekommen Scheiße gegen die Wand geschmissen ich renne nur so kreuz und quer um die Gegend hier Baller, Scheiße von hinten was auf hinter dir die kommen dir der Rand ja, 2 auf 1 Streich, Mann, damit er denn nicht gerechnet, ihr Wichser und ich bin tot du hast aber den 100er erledigt ja, aber Mien mit seinen scheiß Mien hat er mich erschossen damit sein Werferei oder Wichser, aber ich habe zwei Stück niedergemeldet so, mal sehen, was die Seite macht oh, da ist ein Vianer oh, er will gleich mit dem Panzerfahrzeug losnehmen oh ja, damit hat er nicht gerechnet, der Kleine, der auf dem Boden rumliegt oh, was ist denn der Label, ich sehe gar nichts mehr ich sehe nichts mehr, wer war das? was, fuck, jetzt Blende, dass sie so der wird halt, weil ich sie überhaupt nichts mehr ein Jahr, die konnten mich jetzt erschießen, weil ich sie nicht gesehen habe gut ausreden jetzt sind sie, sie sind gar nichts mehr es sind andere Sachen, aber trenzen in den Nebel rein er wird Spaß, Mann, Mann so ist sie einfach da in den Nebel ich sehe, Handknüfte was auch von der ja, hier ist es ja nichts von hinten kommen oh und es war auch wieder mit Revolver hat mich jetzt gerade getötet oh, ich habe ja auch immer noch eine Liede tun so, ey, bei C könnten man uns trocken lassen so, ich gehe aber zu A wir wollen ja immer noch B haben yeah, ein weggeratzt ja, ich komme jetzt wieder von der anderen Seite ich sehe nichts, weil es voll auch weil C war ja klar, das übernehmen wir gleich wieder boah, ich sehe alles voll auch brauche ich sehe gar nichts mehr so meine Freunde, der Granate des Lebens die spendet leben ich schlage mich ganz gemütlich von hinten an hier kommt von da ach Gott, ne, wer war das denn, ey, verdammt da liegt irgendwo einer in der Ecke, ja klar, ey, voll mit seinem riesen Magazin losbauen schneller die Scheiße, warum ich kein Ton mehr verstehe ich nicht boah, ich konnte die Hausmann hier wegballern oh, oh, das ist ein roter Punkt blöder Wechsel, hätte ich erschossen hinter mir ja, aber was wird es sein, das finde ich mit dem Nebel, das aber neu, oder kenne ich ja gar nicht so, und es ist total heftig kenne ich gar nicht oder, falls Leute wissen, vielleicht gab es, das gibt es ja schon ewig, aber ich habe es dann noch nie angewendet Granate, oh Gott, ich wäre wohl noch die eigene Granate ich will nicht mehr ach man, da kommt der eine an der Ecke die 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 eine das also sind wir in der Zucker Trotz immer wieder eine Wasserfusskugel in den Schiezen noch in den Kopf geschossen was sie an die Seite dass sie alle mit ihren MGs rumrennen von der Seite weil er das jetzt kann also in jedem Fall sind wir schon wieder am Verlieren Mauer 5. Platz die Rasen muss wieder ein hier das ist wenn es ist das ist Boah ich hasse das auch sowas von ah fucky Boah pass auf hier rennt ihr da rum ja ich bin andersrum gelaufen oder diese Nebel wie heftig ist das denn daneben in der Hütte seiner hier gleich nochmal ja genau da wo ich jetzt rein geballert habe der ist jetzt tot da was auch das vor dem muss irgendwo einer raufbau ich sie gar nicht hier vor mir wo ich sie auch nicht sehe das ist krass Nebel des Clowns und dann kommen sie von denen das war ja sowas von klar wo sie hier und so andere bei der Strecke mit dem zu ihm aber echt schlimme Idee der Städte die Rauchgander an diesen nicht heftig oder was das auch immer ist was die der Welt war auch von hinten verliebt naja ja ich hab's gemerkt aber er sich mein Kontrollen umdreht Prozent mit der Hand bis der dritt hat gemacht mit Schalldämpfer drauf die Städte worden sind die Städte Romer wieder war genau das war wieder von einer anderen Seite oder hier von der Mitte ne ne bitte nicht jedoch über da kommen sie für Google raus mal sehen wie es hier aussieht aber dass er mich so schnell umbringen kann ey das gibt's noch nicht es gibt sogar ich hab doch auf den geballerten als Magazin ich verstehe das mal so nicht nirgendwo nirgendwo sehr gut wo bist du hier gelandet und alles alter wie wie Susann Sturm von Nebel geschwirt und ach dass sie das ist wie so 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 Susann Sturm oder naja wieso das sind Nebelgranaten richtig Dichte nirgendwo da war doch gleich wieder von dem nirgendwo 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 ein Satz doch das ist nicht wahr okay wenn wir da werden müssen das Haus so nicht wieder als Sniper wieder rein das Haus wieder ein bisschen Mangel nehmen 4.3 über 8 9 und die frage ist auf welcher Seite sie sind naja ich komme jetzt mal der oder der und werde ich mein anderes wie sie mitnehmen also finde ich in ihren weil er folge ist die anderen alle übernommen das einer von uns die doch im haus gesehen das Mann noch mal gucken wo die es gibt sie müssen ja irgendwo im Haus sein es geht ja sicherlich auf alle Granaten rechts und links wo du keine Angezeigten darauf ziehst normalerweise so wo die stehen die kommen aus der Mitte aus Eingang genau hinter euch ist er ich hab mitbekommen er hat nur einer und da nachher will hundert eben seiner Auge da sind so ungefähr das kann nur das wenn ich hören wollen dann hilft nur das wieder kein getötet und wollen wir verarschen es wird die Kugel schwingen gut trifft aber niemanden getötet so nein nein habe ich gerade mal obwohl die da alle umgehört sind da ist aber wieder auf dem Nebel der Baller sie gleich wieder voll die ohne wie viele Kugeln kommen dann aus dem Nebel geflogen die wieso Massaker hey das ist ja schlimm so wollen wir so ein bisschen von hinten anscheinend so so ganz hinten und die Euro A 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 izing A A A A A A A A Ghost A A A A aber so konntest du nicht so schießen und ich hasse dass er die Leute immer umspringen wie die Maus oder so ja das ist schlimm dass sie da nicht treffen Reiner und erledigt wurde er von hinten na warte hast du jetzt geworfen ne alter ich sehe gar nichts mehr bei mir ist ja auch hier Nebel ach so oh das muss ich nicht die Kulte da ich bin heilig ich bin heilig scheiße schmeißen sie noch Nebel drinnen wisst du ja und das ist er überhaupt nichts mehr naja und ich hab war beim Nachladen erwartet da kommt jetzt ein paar Granaten rübergeflogen dazu brauche ich nicht darüber rennen jetzt morgen die euch fliegt naja so la Nato da ganze Förster da und der Kurs die erledigt machen wir mögen die mich nicht und die anscheinend auch nicht ja jetzt ist einer im haus um jetzt wieder angezeigt das wird zu wissen ja macht den scheiß nebel ich will mich so absicht beim Einsatzort ich habe mich aber in Absicht oder schießen lassen weil meine Granaten ja aber man selber keine Munition-Type ist oder sowas alter sich den typen nicht gesehen hat die Form einer Nase auf dem Boden er umbewege ich mich da raus wo ist denn der Ort wieder neben vor schon wieder mit unserem Reichter mit neuen Raufwandern aber auf schaust sehen der ich gar nicht gesehen im 16 aber viel weiter kann er sowieso nicht um zu uns vordringen das muss man nur 10 Sekunden 14 Sekunden viele Wochen so weiß sie die zehn Sekunden sind und erledigt mit einer Panzerfaust und wollen vor allem also das ist ein übernehmen getötet man nicht aber ich lebe wieder wird man überleben schon zu machen aber auch so dass irgendwo da muss er hat zwei Stück jeder an der Pläne die Kälte mit der jahre an den Schildkunden aber das ist ein selber in der billigsten wenn ich jetzt wüsste wo diese da war vor der jetzt geschossen von da oben jetzt gibt es noch nicht sie überhaupt nur leben und nicht so ich nehme mir das siebenfache wie sie wollen wir nicht mehr laufen jetzt mache ich zack zack uns die hochgraden warte und ich bin wieder tot der kommen so viele was wird sich dann da wurde in der nähe von der gelben tonne mit haben verloren ja ist ja nicht so schlimm wie wurde ich nicht von dir rein ja sechs Jahre jetzt bin ich mal da unten nicht da oben ja kann auch passieren ne ja ja aber dafür habe ich jetzt hier mit end warte mal komme ich glaube ich über ne nicht 3800 noch was ja gut dann sagen wir das mache ich erst mal einen schnitt und sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal so zu d und ja